Herzlich Willkommen zu meinem neuesten Video und zwar wollte ich heute mal eine Deckvorstellung machen zu einer Karte oder zu einem Deckthema was eigentlich nicht der größten Beliebtheit angehört aber für mich schon seit den Anfängen des Yu-Gi-Oh! Zeitalters zu den ikonischen Monstern gehört und man möge staunen was diese kleine Kreatur die Rede ist von dem kleinen Freund hier was der kleine Kumpel doch so alles drauf hat im heutigen Link Format er sollte nicht unterschätzt werden die Spam Rate von Kuriboh ist nicht ohne sag ich mal also zum Deckthema wir fangen an wir spielen dreimal den Standard Kuriboh ist klar die älteste Handtrap der Welt Metal Raiders Karte Perfekt man kann den Kampfschaden annullieren wenn man angegriffen wird super wenn man mal in 10.000er Angriffs kommt und man kann den negieren das ist schon mal nicht verkehrt aber das ist nur ein Mittel zum Zweck als nächstes spielen wir dreimal den Kuribohn der Kuribohn der wichtigste Kuriboh eigentlich im ganzen Deck wenn er im Grave liegt und man einen Angriff erhält kann man ihn aus dem Spiel entfernen und eine beliebige Anzahl Kuriboh Monster aus dem Friedhof zurück rufen was wir ja wollen wir wollen dass der Gegner uns angreift und wir holen das neueste Monster der Kuribohs den Link Kuriboh wieder zurück aufs Feld der dann wiederum die Angriffskräfte der gegnerischen Monster annulliert und sie auf 0 zurücksetzt aber dazu kommen wir nachher nochmal als nächstes als One-Off den Aufgeh Kuriboh der Aufgeh Kuriboh wenn er tributiert wird darf man eine Karte ziehen wenn der Link Kuriboh nun im Friedhof liegt kann man ihn auf dem Feld tributieren und den Link Kuriboh zurück rufen und schon darf man eine Karte ziehen deswegen aber nur als One-Off weil sonst ist er zu langsam gehört für mich nur dazu weil man eben ein paar Ziele braucht auch für den Aufgeh Kuriboh und als schon mit letzten Kuriboh nur noch einmal den geflügelten Kuriboh der sagt wenn er auf Friedhof gelegt wird kriegt man für den Rest des Zuges keinen Kampfschaden der ist auch nur drin weil man ein weiteres Ziel wie gesagt hat für den Kuriboh und dass man ihn suchen kann durch die Flöte zu der wir dann noch kommen weil wir weitere Level 1 Monster brauchen prädestiniert sich dafür die Blumenspiegel sie kommt ja einmal wieder wenn man eine Karte millt und das erlaubt ja zwei weitere Link Kuribohs zu beschwören als nächstes natürlich bräuchte man ein paar Handraps zweimal den Geister-Oger und zweimal die Aschenblüte ein bisschen was zum Ausbremsen von gegnerischen Monstern ist nicht verkehrt kleine Monster haben wir nur in dem Deck deswegen zwei große Tower Monster zweimal den schwarzgländischen Soldaten Gesandten des Anfangs ähm ja selbsterklärend Licht und Finsternis raus ihn raus fertig als nächstes um mehr Tokens zu generieren den Schleifbolem auf 1 ist ein Instant Akasha Magier für die Strategie komme ich nachher nochmal ähm als nächstes spiele ich die Invoked Engine ich spiele dreimal Aliista weil Kuriboh alleine brauche noch ein bisschen kleinen Kick deswegen den Aliista zum Suchen äh der Beschwörung und zur Aliista zum Suchen natürlich dreimal die Schmelze genug zum Thema äh invoked ähm ähm natürlich darf dann natürlich die Beschwörung nicht fehlen zweimal erlaubt uns ein Monster zu rufen aus dem Extra Deck so aber kommen wir zurück zum Kuriboh Thema die Flöte brauchen wir dreimal die er uns erlaubt den Kuriboh aus dem Deck zu Specialen oder auf die Hand zu nehmen Deck Specialen ist natürlich prädestiniert und was will man eigentlich mehr so zur eigentlichen Strategie dass der Kuriboh natürlich äh auf das Feld betreten muss um ihn dann zu tributieren um aus ihm 5 Tokens zu machen brauchen wir dreimal den Multiplikator oder vervielfachen der den Kuriboh wegnimmt und daraus 5 Kuriboh Tokens macht die wir hier haben 1,2,3,4,5 Puff so Tokens sind immer gut ob in unserem Zug oder im gegnerischen deswegen dreimal die Sündenbücke Monster aus dem Friedhof wiederholen immer nicht schlecht die Wiedergeburt da ich schon erwähnt habe dass der Kuriboh die wichtigste Karte im Friedhof ist natürlich einmal das Törichte um ihn in den Friedhof überhaupt rein zu bekommen um auch das Extra Link locker flockig zu gestalten einmal die Seelenlast um ein Kuriboh Monster zu rufen nicht nur durch die Flöte oder wenn man die Blumen spielen möchte natürlich 1,4,1 und zur besten Karte ever ähm spiele ich einmal das Recht der Normalen jetzt muss man sich vorstellen man spielt ähm die Flöte des Kuriboh der Kuriboh Beschwörung holt ihn kleinen Freund und tributiert ihn weg durch Multiplikator dann hat man 5 Monster auf dem Feld diese 5 Monster zählen als normale Monster und das Recht der Normalen sagt du kannst diese Karte nur aktivieren wenn sich 5 offene normale Monster der Schupe 2 oder Niedriger auf seiner Spielfeldseite befinden beide Spieler werfen alle Karten aus ihrer Hand ab und zerstören alle Karten auf dem Spielfeld ausgenommen normale Monster der Schupe 2 oder Niedriger das heißt für uns 1st Turn der Gegner startet mit keiner Hand oder 2nd gehen das Feld quaschen und dann hat man immer noch 5 Monster auf dem Feld wor woraus man sich dann locker flockig einen Kaliber Lade machen kann oder einen ähm Sayuya und dann hat der Gegner nur eine Chance und zwar eine Karte zu topdecken um den Kaliber Late ähm aus dem Spiel zu nehmen und zum Schluss 2 Fallen ähm der Kuriboh blockt ja auch haben wir ja schon zu einmal geklärt die Angriffspunkte des gegnerischen Monsters und schützt einen dass man keinen Schaden erhält und was wäre dann prädestiniert wenn man danach nichts mehr auf dem Board hat 2x den ausgeglichenen Zweikampf das zum Thema Main Deck so zum Extra Deck spielen wir natürlich 3x den Link Kuriboh was sollte man andere spielen in einem Kuriboh Deck 2x die linke Spinne falls die 3 Kuribohs verschossen sind und dann um das Extra Link natürlich äh zu vollziehen den Cerberus den Phönix den Goblin das Einhorn spiele ich nicht ich finde das persönlich nicht so gut weil das Kartenziehen ja schön ich spiele lieber den Drei-Gatter-Zauberer aber nicht zu vergessen den Greif der Greif lässt uns eine Karte im Friedhof zurück aufs Spielfeld setzen das ist natürlich super für die Flöte der Kuriboh außerdem kann der Gegner mit nicht gelingten Monstern keine Effekte mehr aktivieren die speziell beschworen sind für den Schleif Golem selbstverständlich den Akasha Magier zum ähm na Recyceln den Firewall Drachen als weiteres Boss Monster den Kaliber Lade und für die ähm Invoked Engine einmal den Mekaba und einmal den Pogabatio ich hätte lieber zwei Mekaba aber irgendwie ist der extra Deckplatz mau im heutigen Link Format deswegen auf habe ich mich auf 1-1 entschieden Feuermonster natürlich für die äh Asch und Blüten und Lichtmonster selbst erklärend gut dann mache ich jetzt ein kurzes Päuschen und dann werde ich das Deck euch mal vorstellen wie es sich im Spiel aussieht so Leute willkommen zurück da werden wir uns mal gucken wie sich das Kuribu Deck äh denn schlägt was ich euch vorgestellt habe ähm wir fangen ruhig mal als zweites an gucken uns mal an was der Gegner so zaubern tut okidoki ähm der Schleif Golem ist ja selbst erklärt wir holen zwei Tokens und geben dem Gegner den Schleif Golem können aus dem Schleif Golem Token ein Link Kuribu basteln aus dem zweiten Token natürlich auch den Link Kuribu und aus den beiden Link Kuribus holen wir uns den Akasha der das ganze ja auf die Hand zurück gibt joo dann können wir den Schleif Golem natürlich wieder aktivieren und packen und packen ihn da wieder hin und können dann weiter beschwören was nehmen wir dann wir nehmen mal die Linkspinne und können uns dann mal einen Cerberus basteln Wollen wir das aktivieren nein wir wollen das nicht aktivieren habe ich gar keine Lust drauf dann beschwören wir uns einen Kuribu wollte ich gerade sagen aber auch dann eben nicht wir kommen auch an Kuribu anders ran holen wir uns den Kuribu so und beschwören uns einen Kuribu ganz viele kleine Tokens so die dann wiederum uns erlauben den kleinen Goblin zu rufen die Loons wieder kann auch nochmal wieder kommen warum auch nicht und können dann noch den Phönix holen so hätte da jetzt die Shizuko nicht gelegen hätten wir aus dem letzten Kuribu Token das extra Link gebaut ohne Probleme dann können wir natürlich noch Akashama Gas Effect aktivieren der ist ja Kur gelingt dann können wir zum Beispiel nach der Flöte suchen Flut Flut of Summer in Kuribu nein die war nicht dabei ok aber egal dann könnt ihr jetzt wie gesagt das extra Link kein Problem zu basteln der Kaliber Late wäre jetzt kein Problem im Prinzip kann man alles tun was man möchte man kann jedes x-beliebige Linkmonster durch die Kugelbue Engine rufen ich hoffe ihr habt es verstanden ist ja eigentlich nichts großartig dabei so das erste Video ist ja ganz gut gelaufen jetzt gucken wir uns nochmal ein zweites an und zwar und zwar fahren wir auch wieder second to go lass den Gegner ruhig anfangen an der Armee der Kuribus kommt er sowieso nicht vorbei ok ja da haben wir das Recht der Normalen und dann werden wir das mal ausprobieren wir rufen wir rufen uns einen kleinen Kuribu aus dem Deck ja wir wollen ihn bitte spezial beschwören und holen aus dem Kuribu unsere 5 Tokens und spielen das Recht der Normalen der Gegner hat keine Hand mehr keine Monster mehr und wir haben 5 Monster ja jetzt kann der Gegner was top decken um dagegen nochmal anzukommen aber eigentlich ist das Recht der Normalen ja eine OTK Karte schlechthin so Link 3 und nochmal Link 4 und dann holen wir uns mal den Kumpel wieder raus von mir aus auch noch den dazu so dann kann der Gegner wirklich das top decken das war ein Fehler von mir Verzeihung ja jetzt wird es schwierig für den Gegner nochmal ins Spiel zu kommen erinnert mich so ein bisschen an den Chaos Imperator Drachen Effekt von früher Feld sprengen, Hand sprengen und dann irgendwas top decken um da noch gegen anzukommen und das war's das kann keiner mehr sagen dass Kuribus schwach sind und die das ist so das ist das ist das ist Vielen Dank.